Pirat-Sender Night Talk, hier ist Doc Rock. Es ist wieder mal Samstagabend und höchste Zeit für eure nächtliche Befriedigung. Mit unserem messerscharfen Thema. Genau, den Nachtschlitzer. Wie schwer kann es denn sein, daran zu hindern, sein nächstes Opfer in Einzelteile zu zerlegen? Ruft mich an. Mein nächstes Opfer ist gefunden. Oh, welch schwere Qual. Sie wird allein viele Wunden. Fünf sind's an der Zeit. Die Stimme ist identisch, hörst du? Es ist der Nachtschlitzer und Doc Rock muss ihn davon abhalten, eine Frau zu töten. Die Bullen werden ihn nicht helfen können. Wir haben noch genau 17 Minuten. Sie wird sterben, Doc. Du musst ihn hinhalten. Was muss ich tun, um diesen Wahnsinn endlich zu beenden? Was ist das Schlimmste, das Sie jemals in Ihrem Leben getan haben? Ihr größter Fehler. Sie töten Sie ja sowieso. Mach keinen Scheiß, Doc. Fuck! Geile nicht! Leben oder sterben? Sie entscheiden. Hahaha